Ja, ja. Ja, Haberkug gibt schon Gas. So, wenn Haberkug Gas gibt, dann geb auch Gas. Oh, wie hat's jetzt das denn aber echt? Papi, die wollen wohl Knoddeln, warum? Die gehen hier auch, ne? Papi, die wollen wohl Knoddeln, warum? So, darfst du jetzt zurückfahren? Alles aber, schöner Start jetzt, wa? Schön auf dem Haufen alle. Jetzt geht's zurück, Paul. Jetzt fahren sie erst da oben zu der Tonne, da wenden sie rum und dann geht's in den Hafen. Und wir fahren immer hinterher. Oh, ganz mühe. Wachtest? Nee, den Stadtgast nicht richtig, ne? Wie können Sie es noch wegfahren? Warte mal. Ich mach noch einen Schwenk. Und dann geht das los. halb? Ja. Okay. Dankeschön. Ja.